So, Chris, das war das britische Parlament 1912. Als nächstes werden wir... Na, sowas, das sieht aus wie der junge Charlie Chaplin. Sir, bitte nehmen Sie dieses Geld und verfolgen Sie Ihre Träume. Dankeschön. Stewie, ich glaube, das war der junge Hitler. Du hast gerade Hitler finanziert. Ja, aber bevor er den ganzen Quatsch gemacht hat.